Was ist ein Larynxpapillom? Larynxpapillom ist eine Virusinfektion des Rachens oder des Kehlkopfes. Das Virus führt dazu, dass sich im Kehlkopf warzenartige tumoröse Wucherungen bilden, die sich manchmal im ganzen Hals und im Mund ausbreiten. Das mit dem Virus verbundene Hauptrisiko besteht darin, dass sich die Tumoren im Laufe der Zeit so stark vergrößern können, dass die Atmung beeinträchtigt wird. Larynxpapillom gilt als selten und tritt am häufigsten bei Kindern auf. Es ist wenig bekannt, warum manche Kinder an einem Larynxpapillom erkranken, andere nicht. In Fällen, in denen alle Kinder einer bestimmten Familie dem Papillomavirus ausgesetzt waren, erkranken nicht alle Kinder an dem Virus. Einige Studien deuten darauf hin, dass einige Kinder möglicherweise aufgrund der Genetik anfälliger für das Virus sind. Zu den Symptomen eines Larynxpapilloms bei Kindern und Babys zählen ein schwacher oder heiserer Schrei, Schluckbeschwerden und manchmal ein nörgelnder Husten. In einigen Fällen kann das Atmen von einem pfeifenden Geräusch begleitet sein, und wenn dies auftritt, könnte dies ein Anzeichen dafür sein, dass die Wucherungen im Hals beginnen, die Atemwege zu blockieren. Im Allgemeinen wird dies als medizinischer Notfall angesehen, und ein Arzt sollte sofort aufgesucht werden. Erwachsene neigen nicht so häufig dazu, an diesem Zustand zu erkranken, aber wenn sie das tun, zeigen Erwachsene normalerweise die gleichen Symptome, die bei Kindern üblich sind, wie Heiserkeit und Husten. Während der Zustand bei Kindern häufig wiederkehrt und sich im Hals und im Mund ausbreitet, ist dies bei Erwachsenen ungewöhnlich. Die Behandlung des Larynxpapillums ist unterschiedlich, umfasst jedoch typischerweise antivirale Medikamente und Operationen. In den Fällen, in denen die Gefahr besteht, dass die Luftwege verstopft sind, wird in der Regel zuerst eine Operation durchgeführt und anschließend eine antivirale Medikation durchgeführt. In den sehr frühen Stadien der Erkrankung versuchen Ärzte in der Regel zuerst die antivirale Behandlung, in der Hoffnung, dass eine Operation vermieden werden kann. Die chirurgische Entfernung von Papillumtumoren erfolgt üblicherweise durch Laser. Eine Laseroperation verringert im Allgemeinen das Risiko von Narben, die die Weißbox und den Hals beschädigen könnten. Darüber hinaus ist die Erholungszeit bei Laseroperationen in der Regel viel kürzer als bei anderen invasiven Eingriffen. Einer der schwächsten Faktoren im Zusammenhang mit dem Larynxpapillum besteht darin, dass der Zustand eher wiederkehrt. Diese Häufigkeit von Rezidiven ist bei Kindern weitaus häufiger als bei Erwachsenen. In einigen Fällen kehren die Wucherungen innerhalb von Wochen nach ihrer Entfernung zurück, in anderen Fällen kann es zu jährlichen Wiederholungen kommen. Es ist kein Heilmittel für das Virus bekannt, das ein Larynxpapillum verursacht. Daher ist eine fortgesetzte Behandlung in der Regel erforderlich. Das Larynxpapillum wird nicht als sexuell übertragbare Krankheit angesehen.